Jo, so haus Leute, heute spielen wir mal auf Händen gegen Besiktas und zwar viele kennen ihn mittlerweile schon, äh, gegen Jambok. Er ist einer, der bei FIFA immer ausrastet. Elfmeter! Elfmeter auf einen Gorn! In der letzten Minute der Elfmeter! Nein, wie gehst du langsam? Fuck! 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 Ich bin doch gesprungen, Mann! Erster Schuss aus Korkoni! Sein erster Schuss! Sein erster... Lächerlich! 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 Meine Fretze! Meine Fretze! Wir fangen einfach mal an, Ferner gegen Besiktas, erstes Mal jetzt auf den SmartTV, gebt euch, wenn ihr mehr FIFA-Videos wollt, dann macht einfach, schickt mir einfach 1-Millionen-Coinze auf Ultimate-Team. So. Ey, du musst sagen, was daran umfällt, dass ich Ferner-Batsche habe, außer E-Medicay. Digga, das Ding ist, bei FIFA 15, das Spiel geht einfach nur auf Pace, weißt du? Und das bin ich halt anverlässlich. Junge, ich hab doch nur E-Medicay. E-Medicay lass ich nur spielen. Die anderen lass ich doch nicht spielen. Ja, Digga, die sind alle schwarz, Mann. Das ist einfach, äh... Ich lass doch Dings nicht spielen. Ne. Ich lass Diego nicht spielen, dann. Nein, komm, du spielst mit allen. Nein, damit du nicht rumholst. Ich roll ihn schon nicht rum. Nein, nein, nein. Du machst das... Ah! Okay, Digga, das war nur Aufwärmung. Was ist los? Bist du schon nervös? Nein. Ich verstehe gar nicht, was Demba war die ganze Zeit da macht, Digga. Oder hab... Ich glaub, das ist immer noch falsche Formation, weil ich nicht auf Schlag würde. Ach, Digga, mach ich gleich. Nein! Nein, 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 vorbei. Vorbei! Ja! S***! Warte, Digga, ich mach kurz Formation. Digga, drück doch! Ja, Warte, 1,0! Ich hab gesagt, die erste Halbzeit, ich schreibe. Jö, was funktioniert das doch an? Warte kurz. Warte, Aufstellung. Ich schwör, es ist falsch. Mein Mann, das ist falsch. Vielleicht ist einfach ein Sturm. Bei mir ist es auch falsch. Dembaba! Dembaba! Socker, meine Arme! Habt ihr mich berührt? Nein, du hast zufrieden. Ah, mein Arme, Digga, ich bin in Spastika gerade. Was? Na nix, Digga. Spiel! Abseits! Was? Abseits! Hab ich! Hab ich! Junge Mann, ich muss 2-0 machen, was ist das? Niemals, Digga! Hab ich! Abseits! 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 Mann! Er will faul haben. Wenn er bei Nassen faul wäre, wäre er drin gewesen. 100%! Ja! Hatten wir sehen, Video! Töne! 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 Garmin! Schuttla! Alle *** in mir! Los! Ja, Junge! Töne! 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 Digga, wieso ist er nicht reingegangen gerade hier? Töne! 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 Hast du gehört? Verzweiflungsschuss! Hat meiner gar nicht gesagt! Eier! Töne! 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 Ich schwöre kein Fall! Ich schwöre kein Fall! Ich schwöre kein Fall! Das ist doch... Das ist doch... Er weiß, dass da passiert! Halt die Schnauzen, Digga! Einmal! Aber das ist ein bisschen zu nah für mich! Das ist ein bisschen zu nah für mich! Was war das denn? Was war das? Töne! Du bist die Rangenschwung einfach von hinten! Gar nix, Digga! Gar nix! Das ist zu nah! Einer muss sich hinstellen! Dann war es zu nah, Digga! Nimm mal wahr! Ach! Töne! 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 Abseits! Iiiih! Oh Gott! Iiiih! Digga! War das kein Abseits, Digga? Ach komm, Junge! Du und dein Abseits, Schicke! Lauf! Du wirst mit Demabal gegen Gökhan oder was? Ja! Taktik! Heide! Oh! Golazzo! Iiiih! Er macht's net die Gold! Dein Ernst? Ein Small Liga hast du auch gemacht! Iiiih! Das hast du auch gemacht! Eid! 1-1! Hab ich! Er wollte reinmachen! Richtig ehrenloser Pitch! Ich hab nur weggeschossen! Ja, uns versehen, du Pitch! Richtig Blender! Halt! 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 Nein! Drück doch! Drück doch! Ja Leute, war zwar ein langweiliges Spiel, aber... Ist doch nicht vorbei! Ist doch nicht vorbei! Ist doch nicht vorbei! Wo der Eingriff? Halt! Nein! Halt! Letzter Angriff! Der Mama Kursch! Kursch hat meine Sockte, Mann! Nicht Geld! Nicht Geld! Ja, das war's auch! Ähm... Was sagst du? Ja, man kann nichts machen! Was soll ich machen, Digga? Nein, ich sag dazu einfach gar nichts! Ihr habt alle gesehen, was passiert ist! Nur wegen Sweaty Gold, Digga, du Pussy! Ja, Leute, das war's auch wieder mit dem Video! Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr vom FIFA-Video ist, dann schreibt es in die Kommentare! Gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter! Dementsprechend, ähm... Ja! Gegen wen soll ich FIFA spielen? Schreibt mal in die Kommentare! Aber schreibt jetzt nicht gegen... Die hören mich nicht! Er sagt, er will eine Revanche! Kann er haben, wenn er will! Äh... Mann, echt schlecht, Leute! Wie gesagt, ähm... Ja, gebt euch deinen Kanal! Suspekt ihr euch anal! Äh... Ansonsten schreibt einfach, was man besser machen muss! Dies, das, Ananas, äh... Gebt euch! Tschüss! Ehh... Ehh... D